Und dann sagt er zu ihr, Fräulein, wissen Sie wat? Besser niederträchtig wie hochschwanger. So, und den, und den, und den, und den. Hör mal den Rammsch. So, da waren mit vier Spiel 5, Schneider 6, Anja 7, Schwarz 8, Kontra 16, Re 32, oi, 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 das wird teuer. Ja, Heini, du jibst, aber wisst ihr wat? Er hatte ne Betriebszeitung, da war ne Anzeige von Fräulein Hillermeyer. Suche Herren, mit dem ich Dame spielen kann. Heini, wat hast du für schöne Zähne? Hier wird die auch in weiß. Habt ihr nen Hund? Heini, heini, könntest du den? Wie heißt das Reh mit Vornamen? Weißt du nicht, ne? Kartoffelpü. Tja, 18, 20, 32, 40, 46, hör ich wat? Das Telefon. Scheiße. Ja, was in Ruhe. Bütz. Ja. Nee, Direktor, es stört überhaupt nicht. Nee, 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 ja sicher, klar. Ja, ne halbe Stunde in der Tiefjahrasse, ja. Der Chef hat das Licht vom Waren brennen lassen, muss ihm Starthilfe heben. Überspielkabel, ich bin gleich zurück. Was ist denn, Lulu? Oh, komm, Heini, das ist eine einmalige Gelegenheit. So eine Chance kriegst du nie wieder. Wieso? Komm, Heini, mach es, mach es doch. Soll ich? Ja, Heini, mach es. Ich tue's. Eine Pickflöte. Das ist das. Vielen Dank.